Achso der ist länger. Warte mal kurz, wie viel Hektar hat der? Ja ja. 0,65 und er hat... Alles klar, der ist kleiner. Darum ist er auch günstiger. Was haben wir hier denn direkt vor unserem Haus? Was kostet der denn? 18.000. Ne ne, der ist mir zu teuer. Da ist auch noch so'n kleines süßes Ding. Wir brauchen ja nicht mit Geld rumasen, vielleicht haben wir hier ja Glück. 39.000, wie geil. Die Zahlen stimmen ja nicht, die Größen. Der ist ja viel kleiner. Ach nee, der ist hier, der geht da ganz lang. Oh, wie geil ist das denn? Daniel, lebst du noch? Ich hab hier grad ne Staublunge auf dem ollen Dröscher. Oh, das tut mir leid. Warte mal, ich bring dir mal was zu fretten, Jo. Wo haben wir das denn? So, hier. Mutti, mock die Tür open? Hallo? Hallo? Toi, jetzt hab ich Schlüssel vergessen und hier ist keiner zuhause jetzt. Wo bist du denn? Mutti? Mutti? Mutti, mock die Tür open? Daniel hat Hunger. Duos. Duos. Okay, duos. Ich glaub hier, warte. Ich hatte irgendwo noch ne Flasche stehen hier. Schafspisse. Nein, wann scherz. Wann scherz, wann scherz. Niemals kriegst du von mir Schafspipi. Ah, jetzt hab ich die Kühe auch gehört, ey. So, mein Freund. Äh, die Frage ist jetzt, welchen wir nehmen. Haben wir denn so irgendwo was mit Gras drauf? Da hinten ist 14. Können wir nicht die erste loge Gras erstmal so am Straßenrand wegmähen? Meinst du, das geht? Normalerweise schon. Kann ich ja mal testen. Dass wir jetzt erstmal ein bisschen was zufrieden haben. Wo bist denn du überhaupt? Ich stell dir hier am Anhänger mal eben an der Straßenseite hin. Ja. Kann ich dir da gleich schon mal ein bisschen was draufhauen. Siehst du mich? Ja. So, hier packe ich den hin. Oder soll ich abtanken kommen? Ich komme da hingefahren. Ja, sonst hätte ich das jetzt abgetankt, weil hier kann ich das gleich entladen. Mach mal da ein Rohr raus. Also, jetzt vom Ahro Mähdrescher. Ne, 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 ne. Nicht, dadurch jetzt was anderes. Das ist meins, mein Freund. Was machst du denn, ne? Er fährt auf die Straße. Halt, bleibst du da, bleibst du? So. Zwei Prozent, vier Prozent. Wie viel Prozent hast du in deinem LKW da drin? Die sind 35 jetzt noch. Okay. Das ist ja schön. Das ist ja schön da dran. Äh, diese alte Maschinen. Also, mir gefallen sie echt, ne? Weißt du was? Ich lass das einfach hier so stehen. Ne? Und fahr weiter. Jawoll. Oh Gott. Jetzt hab ich dich da erst ein bisschen umgeschubst. Oh, er und Trecker fahren, das kann ja nicht gut gehen, du. Tja, Trecker fahren und singen kann man nicht erzwingen, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Trecker fahren und singen kann man nicht erzwingen? Ja, ist gut. Hast du meinen Simo-Rap eigentlich schon gehört? Ja, hast du gehört, ne? Ja. Der übertrifft sogar noch mehr Rien. Was soll das heißen? Der war mit Liebe gemacht, mein Freund. Wo war ich mein Trecker? Wo war ich gut? So, dann muss ich da hin mit meinem Trecker, dann kann ich mal versuchen Gras zu mähen. Vielleicht klappt das hier. So, F7. Ja, schade, Michael, dass das nicht geklappt hat. Ne, weil er wollte unbedingt mitspielen. Hat leider nicht geklappt. Aber egal, ne. Ich will jetzt mal diesen Video, äh, diesen Simo-Rap will ich unbedingt mal ein Video machen, ne? Musikvideo dazu. Kommt auch noch. Alles in Planung. Den Text habe ich selbst geschrieben. Ist gut gewesen, ne? Yeah, yeah. Man hat deine Frau dazu gesagt. Oh, der ist so bekloppt. Die sagt schon gar nichts mehr. Och Mann, ich mag die Dach, die mag doch. Doch. Na, nein. Fandst du so. Sehr gut. Schön. Mähwerk-Zuklappen-X. Hier stimmt ja alles, ne? Geht alles. Bin immer gespannt. Wenn du so 10.000 Abos hast, dann machst du aber mal so ein schönes Video, so im rosa Tü-Tü, wo du dann auch ein bisschen dazu tanzen, ne? Ja. Das werde ich dann machen. Rosa Tü-Tü, wo kriegt die denn her? Hahaha. Kriegst du in jedem Kostümverleih. Aber ich glaube, wenn wir das vorher genug anmelden, dann gibt's auch genug, die das so ein Ding zusammenstricken. Hahaha. Das wär's. Ich könnte gar nicht Vorhang nehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zwei Mann zählt ohne Stanken. Boah. Das tat weh. Du wolltest mir eben Schaß-Pipi geben. Nein. Ich hab nur gesagt, da steht Schaß-Pipi. Hahaha. Nein. Ne, 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 ne. So, was haben wir denn hier? Mähwerk-Aufklappen-X. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Äh, Mähwerk-Aufklappen-X. Äh, Mähwerk-Aufklappen-X. Hä, wie beudig seid ihr, ey. Und Mähwerk-Mähen. Äh, runterlassen muss ich noch. V. Das geht. Ich werd' bescheuert im Kopf. Das geht wirklich. Ich bin gar nicht so doof, wie ich aussehe, ne? Nein, du siehst ja nicht doof aus. Oh. Oh, der Bäumchen. Das geht wirklich, ey. Wie geil ist das denn? Das hab' ich ja noch nie gemacht. Das springt jetzt ein bisschen, aber ey, das ist ja im echten Leben auch so. Wie oft hab' ich erst gesehen als Kind, wo die Bauern kamen und haben die Straßenseite da gemäht und so. Kennst du das? Ja, unser Vermieter macht das auch immer. Mit'n Drecker? Ja, der klaut ja immer so krass am Straßenrand. Mach' ich mich schon immer tot. Ich sag, da scheiß' nicht, kannst du noch mal hin und das gibt's dir die Viecher zu fressen. Äh, scheiß' nicht, hast du noch hin, ey. Konten aus, Daniel, Konten aus. Ey, wie geil sieht das denn aus? Ups, ich bin besoffen, wie's aussieht. Der springt manchmal, mach' man nicht, sondern der springt manchmal. Aber das liegt daran, weil eben hier die Höhenunterschiede immer, ne? Oder ein Baum im Weg ist und so. Ich mähe da so durch, mir scheiß' egal. Da ist doch mal ein Wattdürf. Ey, jetzt ist gut. So, dann machen wir das jetzt hier. Toll. Ganz toll. Komm, dann mach' ich die Rückseite gleich auch mit, ne? Oh, wenn... Gleich richtig, ne? Hätte ja dann auch Sinn, ne? Machen wir das direkt bis hier und... Das hab' ich gar nicht gewusst, dass das geht, ey. Wie geil ist das denn? Michael, du hast was verpasst. Wir können hier Gras mähen an der Straßenseite. Es tut mir leid. Aber wie gesagt, 2015 spielen wir zusammen. Ups, da hat er aber einen Satz gemacht, du. Vielleicht fallen die ganzen Bäume um. Kann man hier das Gras wegmähen, ne? Oh, da kommt der Storch, der Klapper-Storch da oben. Fliegen die auch rum oder sitzen die da nur? Nein, die sitzen da. Das ist nur so'n, 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 äh... Attrappe. Attrappe, genau. Aber trotzdem nett, ne? So, so ein bisschen was los in der Gegend hier. Das find' ich ganz gut, dass die so viel Mögel gegeben haben. Schon geil. Es ist schon geil. Es ist schon geil. Es ist schon geil. Ups, das muss ich weg, sonst kommt die Mauer kaputt hier. Warten. Sag mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Daniel? Mit euren Kanalen, mit eurem Multiplayer-Ding da? Ja, vorhatten wir da schon einige Zeit mal eigentlich so just for fun. Und jetzt, ja, kam der Martin mehr oder weniger auf die Idee. Oder hat sich, besser gesagt, ein Aufnahmeprogramm geholt. Und, ja, dann testen wir das einfach mal, ne? Aha, was ein Aufnahmeprogramm hat er? Ich glaube, der macht das auch mit Bendicam und Achim. Aber, mit FFF, FRAPS, FRAPS. Genau. Ja, ich finde, FRAPS ist immer... Der braucht viel Speicher. Also hier als Arbeits... Der haut die Videos 50 Gigabyte ja hin oder so, ne?